Ja, hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch iOS 7 Beta 3, also viel Spaß bei dem Video. Ja, in diesem Video zeige ich euch iOS 7 Beta 3 auf meinem iPhone 5. Ich mache einen kleinen Vergleich mit Beta 2, was sich verändert hat. Und jetzt schauen wir uns mal iOS 7 Beta 3 an. Wurde gerade released, ich habe es gerade auf allen Geräten installiert, außer meinem iPod Touch hier, damit ich euch zeigen kann, was der Unterschied zwischen Beta 2 und 3 ist. Und fangen wir mal an. Was mir als allererstes aufgefallen ist, was wirklich sehr, sehr geil ist, das Betriebssystem läuft jetzt wirklich super flüssig, wenn wir Apps aufmachen. Merken wir einfach hier, das läuft alles echt flüssig. Und was mir beim Lockscreen zuerst aufgefallen ist, sie haben hier unten jetzt ein bisschen hier den Text verlängert, zum Entsperren, Streichen. Früher stand auf Deutsch da immer nur Entsperren und diese zwei Pfeile. Und jetzt haben wir eben hier diesen langen Text. Was ich auch noch hier gleich im Vergleich zeigen möchte, wenn ich ins Multitasking zum Beispiel gehe, sehen wir, wie hier auf Beta 3 das alles noch wunderbar flüssig läuft und auf Beta 2 das alles noch hakt und irgendwie noch nicht so flüssig läuft. Wirklich sehr, sehr gut, dass sie das jetzt verbessert haben. Was mir auch direkt aufgefallen ist, im Notification Center sehen wir hier, bei Beta 3 haben wir das jetzt mehr schwarz gehalten. Bei Beta 2 war das noch so transparent, dass man den Hintergrund sieht. Dasselbe ist beim Control Center, nur dass es eben hier weiß geworden ist, also mehr weiß und auch nicht mehr so transparent wie früher. Dafür sind jetzt die Ordner mehr transparent, was ich komisch finde, dass sie die einen Sachen weniger transparent machen und die Ordner dann zum Beispiel wieder mehr transparent. Und wenn wir hier Ordner öffnen, sehen wir, das sieht genauso gleich aus, außer dass die halt hier so transparenter bei Beta 3 aussehen. Was jetzt auch endlich eingeführt wurde, ich habe mich schon gefragt, wo es geblieben ist, man sieht jetzt im Kalender, wo man ein Event hat oder einen Termin hat. Das hat man früher nicht gesehen. Jetzt sieht man endlich hier mit so einem kleinen grauen Punkt, wo ein Termin ist. So, wir sehen auch hier oben, die Statusleiste ist in Beta 3 gewachsen, ist nochmal größer geworden, dass man es noch deutlicher sieht am Homescreen. Und was laut diversen Blogs auch noch neu sein soll, was ich jetzt aber noch nicht gesehen habe, es soll eine neue Schriftart in der Wetter-App sein. Wenn ihr da was seht, könnt ihr es hier in die Kommentare schreiben, ich sehe da nichts. Aber wie wir sehen, die Performance ist einfach super. Wir können jetzt wirklich hier alles super durchscrollen und es läuft super flüssig. Und ich habe gesehen, dass hier einige Sachen jetzt endlich komplett auf Deutsch übersetzt haben, nicht mehr eben irgendwo englische Schnipsel mit drin waren. Es sind halt immer so Kleinigkeiten, die verändert werden und die eben nach und nach auffallen. Im Kontrollcenter sehen wir dann auch nochmal, dass sich das Uhr-Icon ein bisschen verändert hat und wir haben jetzt endlich, wenn wir Musik abspielen, auf dem Lockscreen eine Uhr. Jetzt sehen wir endlich hier oben die Uhr vor, hat man keine Anzeige von der Uhr gehabt auf dem Lockscreen. Wir haben jetzt auch hier oben angezeigt, wie viel abgespielt ist von dem Lied und wie viel lang das Lied noch dauert. Ihr müsst jetzt nicht fragen, wie die Akkulaufzeit ist, denn die Beta habe ich gerade mal ein paar Minuten auf dem Gerät laufen. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wie die Akkulaufzeit ist, aber ich kann euch sagen, die Performance ist wirklich sehr gewachsen. Es läuft alles super flüssig. Im Gegensatz zu Beta 2, wo es noch ab und zu gehakt hat. Ich habe es auf meinem iPad Mini jetzt auch installiert, Beta 3. Und da kann ich auch sagen, es läuft super flüssig. Beta 2 konnte man fast nicht verwenden, weil alles gehakt hat und gecrasht ist. Beta 3 kann man jetzt endlich auf dem iPad verwenden. Und das seht ihr im nächsten Video, was ich gleich jetzt machen werde. Ja, falls euch das Video gefallen hat und ihr iOS 7 mögt, Daumen nach oben wäre super. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie ihr iOS 7 findet. Ich habe es jetzt hier auf den ganzen Geräten und ich finde es einfach super schick, zumindest auf den weißen Geräten. Und dann war es das mit dem Video. Wie gesagt, Daumen nach oben nicht vergessen, falls euch das Video gefallen hat. Für weitere iOS 7 Videos könnt ihr da unten auf Abonnieren klicken. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich euch iOS 7 Beta 3 auf dem iPad Mini zeige. Ciao!